Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Sims So, ich habe mir jetzt eine Aufgabe gemacht Und zwar Möchte ich, dass wir diese ganze Wand hier voll mit Bildern machen Um mal zu schauen, was wir denn so cooles malen Das wird toll Juhu, wir haben einen Meilenstein erreicht Das hängen wir doch gleich mal mit nach da unten Wow Was sind wir denn jetzt? Das heißt, herausharragende Malerin So, jetzt kochen wir erstmal und Museum, das hört sich sehr gut an, ehrlich gesagt Wir können gerne mal ins Museum gehen Ja, Essen kochen ist schon sehr... Jetzt meckert sie wieder rum Was ist sie da überhaupt? Tortillas und Soße? Dass sie so aussieht, weiß ich wirklich nicht Wie kann man nur so langsam essen? So, sauber machen, sauber machen, sauber machen Ja, klar Komm ruhig mit einem kleinen Burschen Äh, 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 äh So, jetzt geht mir das alles viel zu schnell Ähm, wir wollen natürlich gerne ein Pop-Art-Gemälde machen Das wäre jetzt geil, wenn jetzt das Monster rauskommt Oh ja, über ein bisschen So, so gefällt mir das So, sozial, wie kann man denn das hoch? Äh Okay Hilft das was, wenn wir mit den Kletteraffen hier was machen? Mein Gott, das ist ein Stück Bleib jetzt stehen! Verdammt Okay, wir machen jetzt einfach mal so weiter So, wie sieht's aus? Oh, es ist hässlich Okay, wir haben gesagt, wir hängen alles auf Hm 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 So Jetzt können wir noch ein Bild Dings machen Mein Gott, ich kann nicht mehr reden So, normal ist die Qualität Selbstsicher Was ist hiermit? Qualität normal Normal Es ist alles noch normal Es ist alles noch normal Hm 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 So, hilft das jetzt? Bringt das gerade unserem Sozialen hier weiter? Hm 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 Nein, das wollte ich nicht Nein, das wollte ich nicht Hm 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 Wir schaffen das, Leute! Hm 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 Das ist so süß Hm I mean, just saying und so. Oh, sie ist wieder nervig hier. Ah, abstraktes Gemälde. Sie will ein Kunstdruck betrachten. Das kann sie natürlich sehr gerne machen. Dann betrachte das mal. Und dann gehen wir ganz schnell aufs Klo. Wo ist denn eine andere? Aha, da ist der. Ich dachte, das bringt was, wenn man ihn zu so einer Runde macht. Nein? Okay. Wieso fragt er den Klein? Wie so ein Pädo, ey. Hallo! Wow. So. Ach ja, bist du halb am Verrecken oder was? Du hast es schon schwer. Du hast es schon schwer, Mädchen. So. Wie spät ist es denn? Müssen wir noch Hausaufgaben machen? Zusammen Hausaufgaben mit Links erledigen. Das gefällt mir. So, wie wär's, wenn sie sich dorthin setzt. Oder auch nicht. Hier hinsetzt. Und. Mit ihnen quatscht. Okay, dann nicht. Ihr wisst auch nicht, wie er euch jetzt hier zuhören soll, oder? Okay. Er macht einfach also diese Gruppe, diese Gruppensache. Hä? Ich glaube, wir sollten mal aus dieser Gruppe raus. Wo ist er denn jetzt? Äh. Dein Ernst? Pass auf, komm, fertig! Zusatzaufgaben machen? Uh, uh. So, mach du mal deine Zusatzaufgaben. So gefällt mir das. Oh. 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 Oh mein Gott, er ist jetzt überkonzentriert. Weswegen? So, jetzt kannst du schlafen gehen. Hm. Ich würde aber gerne die Musik ausmachen. So, wie sieht's bei uns aus? Wir sind schon am Schlafen. Und der eine ist dort auch weg. Unsere Kollegen können ja gerne bei uns chillen. Das interessiert mich nicht. So. Ich bin mal gespannt, wie lange er jetzt noch da bleibt. Anscheinend noch etwas länger. Jetzt haut er ab. Okay. So. Ich muss jetzt ganz schnell etwas essen. Du hast doch tausendprozentig noch etwas im Kühlschrank. Anscheinend doch nicht. Dann mach du mal was zu essen. Was geht bei ihm ab? Ultraschnell. Okay, Amos. Auf jeden Fall auch auf Klo. Und... Nein. Falsche Einfolger. Danach kannst du was essen. Wir haben uns anscheinend es unten gemütlich gemacht. Haben uns was Leckeres zum Essen gemacht. Und gehen voll darauf ab. Haben wir denn nur... Oh, ich wollte gerade sagen. Das wäre böse gewesen. So. Wach mal auf, Kollege Schnürschuh. Und... Steh mal auf. La, 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 la. Okay, er ist auf jeden Fall im Schreiben. Kann man mal machen. Das war mal ein Highspeed-Morgen. Das können wir auf jeden Fall aufräumen. Dann können wir uns auf jeden Fall um den Garten pflegen. Den Mega-Verkauf machen. Und dann können wir... Ich schaue gerade mal. Kann man hier irgendwas verbessern? Bidet hinzufügen. Das will ich aber sehen. Ah, was ein toller Morgen, Leute. So, wir wollen natürlich fleißig lernen. Fleißig, fleißig wollen wir sein. Und sonst machen wir auch noch sehr viel. Ja. Überragende Spülung. Und danach können wir gerne irgendwas Soziales machen. Egal, was du willst. Mir ist es egal. So. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Was macht sie denn jetzt? Ich rede mit den Pflanzen wieder. Eh, so war das klar. Jetzt kannst du mal ein bisschen sportlich hier dich betätigen. Truller. So. Duf, duf, duf. Du schaffst das. Wieso ist uns wieder sehr unwohl? Hm. Ja, chatte mal. Alte Lady, ey. So. Wo ist denn unser Sohn? Wir brauchen unseren Sohn. Ja, spielen kann er auf jeden Fall. Hunger hat er gerade nicht. Räum das mal weg. Spielen mal wieder. Alright. So, Leute. Wie es weiter geht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.